hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video wir haben neue schätze im shop und die seht ihr hier schon auf dem tisch verteilt und zwar wunderschöne neue papiere und unter anderem gibt es eine kalenderleiste ihr kennt ja vielleicht noch die weihnachtsleiste die war ja ganz schnell ausverkauft bei uns im shop und jetzt gibt es eine kalenderleiste sozusagen fürs ganze jahr und zwar könnt ihr damit geburtstage machen ihr könnt andere glückwünsche übermitteln ihr könnt karten zum jahreswechsel machen für jubiläen für hochzeiten etc also diese kalenderleiste lässt keine wünsche offen und die ist ab sofort im shop erhältlich und jetzt zeige ich euch einmal diese wundervoll gestalteten design papiere wunder wunderschön hier habt ihr auch mit glückwünschen drauf das könnte man auch in streifen ausschneiden und als etiketten oder sprüche auf den karten benutzen das ganze haben wir in champagner farben und in einem rosé ton ganz toll sogar unten mit blubber blasen vom säckchen dann die all over papiere hier drauf habt ihr kleine gläser die gibt es auch in beiden varianten also einmal champagner farben und einmal rosé farben hier seht ihr die ausschneidebögen da habt ihr auch in der mitte noch mal grüße die ihr ausschneiden könnt oder als etiketten nutzen könnt hier ist noch mal ein glückwunsch papier in schreibschrift auch ganz toll wie gesagt für alle möglichen glückwünsche sei es jetzt ein schulabschluss oder sonst irgendwas ihr könnt damit ganz ganz viel machen und die papiere haben herrliche farben also wirklich ganz toll und ich möchte mit euch heute zusammen mal so ein bisschen basteln hier seht ihr schon mal ein beispiel von mir hier habe ich eine karte zum jahreswechsel gemacht und da habe ich die leiste oben aufgeklebt für die sektflasche damit da genug platz ist ihr könnt da textstanzen verwenden dann habe ich hier unsere sektflaschen aus dem shop benutzt die findet ihr auch unter dem thema silvester oder jahreswechsel es gibt dort diese drei verschiedenen oder den klee kranz den ihr einsetzen können verschiedene folien und wir legen jetzt einfach mit der karte los die grundkarte hat 21 x 21 und wird in der mitte bei 10,5 gefilzt es wird eine din lang karte dann habe ich hier einen aufleger aus den champagner vignetten rosé und das hat jetzt maß von 20 x 9,5 glaube ich habe ich hier genommen das könnt ihr aber individuell anpassen dann habe ich hier einen streifen geschnitten am der ist 2,5 cm breit und lang wie der aufleger also das müsst ihr dann so euch zurecht schneiden wie breit euer aufleger ist ich benutze heute diese kleine sektflasche die ich auf den schieber aufkleben möchte dazu habt ihr oben auch noch diesen sekt der da raus sprudelt und diese tolle textstanze prost die werden wir heute hier einsetzen mal auf eine andere art und weise und das zeige ich euch gleich ich habe hier eine rosäfarbene folie benutzt oder ein naja so ein wie nennt sich das so und so ein spiegel karton genau und hier seht ihr schon den den schieber also wichtig ist dass ihr wenn bevor ihr die leiste aufklebt dass sie diesen schieber befestigt und das machen wir auch gleich nachdem wir jetzt hier erst mal unseren aufleger auf die karte aufgeklebt haben dann installieren wir den schieber und dann könnt ihr diese kalenderleiste dann auch schon auf euren aufleger auf kleben ich würde euch raten dazu einen naja einen etwas dickeren karton zu nehmen oder cardstock zu nehmen der eine höhere grammatur hat so gewährleistet euch das ganze dass die karte eben auch länger hält und nicht so schnell kaputt geht wenn man den schieber hin und her schiebt also nimmt nicht so ein dünnes papier selbstverständlich könnte man die leiste auch aus dem designer papier aus stanzen das geht natürlich auch wenn sie unauffälliger auf der karte sein soll und hier seht ihr den schieber der wird jetzt einfach hier durchgeschoben so wie ich euch das zeige und hinten habe ich ein kleines stück digitape dran gemacht ich hatte ja schon mal ein video gemacht mit der weihnachtsleiste das könnt ihr euch auch noch mal anschauen und da klappt es einfach hinten rum und verbindet diese beiden teile und klebt es zusammen und schon ist der schieber an der zahlenleiste befestigt und ihr könnt das ganze aufkleben also den schieber probiert es noch mal ob es dann eben auch zum hin und her schieben ist und dann sucht ihr euch ein schönes plätzchen auf eurer karte sei es oben oder unten oder auch in der mitte das ist eure fantasie überlassen und dann klebt ihr das ganze fest hierbei müsst ihr darauf achten dass ihr wirklich nur an den äußeren rändern den kleber auftragt und an den seiten und das auch dünn also nicht so viel kleber drauf sonst klebt ihr euch euer mittelstück mit fest und dann lässt sich da natürlich nichts mehr hin und her schieben und wenn es einmal auf der karte ist dann ist es halt auf der karte und dann ärgert man sich und deswegen sage ich euch das jetzt hier noch mal dass ihr da wirklich drauf achtet und auch sauber mit eurem kleber arbeitet nehmt wirklich da ein bisschen weniger und ihr bekommt da auch ein tolles ergebnis auf eure karte so ich klebe das jetzt in den unteren bereich bei meiner karte und dann lege ich mir das erst mal auf und dann seht ihr oben und unten diese schlitze und da müsst ihr bevor das ganze anzieht bevor der kleber anzieht das so ein ganz kleines mühe nach innen ziehen mit den fingern damit das ein schönes sauberes bild gibt und probiert auch noch mal ob euer schieber funktioniert und dann ist es eigentlich auch schon getan bis auf die sektflasche die wir dann noch aufkleben wollen aber das machen wir später jetzt kommen wir zu dem brost was auf die karte soll und das möchte ich mal so ein bisschen individuell anordnen also ich möchte nicht einfach nur die text stanze benutzen das kann man natürlich auch wenn die karte schnell gehen soll dann stanzt ihr euch die buchstaben einfach aus ich möchte hier noch einige elemente aus dem cardstock champagner vinierten rosé champagner verwenden die habe ich mir hier ausgeschnitten und da haben wir hier den sektkühler und ein sektglas ein einzelnes und das möchte ich einfach hier so ein bisschen dazwischen setzen ich finde es sehr sehr schön und deswegen lege ich mir das jetzt erst mal vorher auf die karte damit die abstände eben auch passen und als richtlinie könnt ihr jetzt hier eure ab oder angeklebte kalenderleiste benutzen damit die zahlen dann eben auch schön gerade auf der karte sind und das alles irgendwie stimmt so jetzt kleben wir hier die kleine sektflasche noch zusammen also oben diesen diese fontäne die da rauskommt wenn man eine sektflasche schüttelt das wisst ihr ja und die klebe ich jetzt einmal fest und dann sind diese beiden gläschen noch dabei die möchte ich auf der linken seite dann an der flasche noch anbringen also nehme ich mir jetzt den kleber und gebe da ganz wenig auf das eine gläschen was dann so praktisch auf der flasche so ein bisschen auf liegt ihr seht es gleich ich zeige euch das gleich und das andere natürlich dann ohne kleber lassen und dann klebt jetzt einfach an der flasche fest die beiden gläschen und das ist jetzt das fertige ergebnis total niedlich und das kleben wir dann auf unseren schieber aber zunächst kleben wir erst mal unsere letter fest also unsere buchstaben und da beginne ich mit den äußeren buchstaben damit man die abstände nicht verrutscht es ist wichtig dass ihr mit den äußeren anfangt und euch dann so nach innen vorarbeitet das heißt ich klebe jetzt erstmal die ersten zwei buchstaben vorne fest und dadurch dass ich mir das jetzt alles aufgelegt habe funktioniert es auch total super so kann ich eben auch mit augenmaß sehen wie die abstände einigermaßen richtig sind und dann richtig mir das ganze unten auf der kalenderleiste einfach aus sowie als wenn die zahlen auf der kalenderleiste auf stehen und jetzt mache ich mit dem rechten buchstaben weiter mit dem t und arbeite nämlich nach innen vor also ja das sollte jetzt natürlich nicht passieren ihr werdet dann gleich sehen da ist mir ein kleines missgeschick passiert im anschluss also eigentlich gibt es da ja diesen kleberadierer zum entfernen der klebereste nur auf designer papier macht sich das unheimlich schlecht weil ihr macht euch damit das designer papier kaputt also vorsicht bei solchen aktionen ihr werdet es dann gleich sehen was ich dann mache ich hatte gott sei dank das glück dass ich diesen sekt kühler da hatte und das ganze ein bisschen verdecken konnte also so meine misere praktisch aus bügeln konnte deswegen sage ich euch dass jetzt hier so unter bastlern seid da vorsichtig wenn ihr ein zartes designer papier oder ein cardstock benutzt mit dem radieren also das funktioniert in den meisten fällen nicht so gut ihr rubbelt euch das papier auf so also jetzt habe ich fast alle meine buchstaben festgeklebt und ich finde es total schön so wie es angeordnet ist man könnte aber auch den sekt kühler und das glas nach außen ziehen und könnte das brust jetzt zusammen aufkleben also jeder wie er mag aber ich finde es gerade so irgendwie auch interessant hier ist er der übeltäter und jetzt versuche ich das nämlich und mache mir damit das papier da oben so ein bisschen rüsselig und das sollte man nicht tun also seid schlauer als ich und jetzt probiere ich nämlich schon ob das genau das abdeckt aber gott sei dank hatte ich das glück also jetzt kommt der sekt kühler dran der jetzt hier meine mein missgeschick überdecken muss und deswegen klebe ich den jetzt erst mal auf ich finde ja die illustrationen auf diesen neuen papieren wunderschön auch farblich total schön abgestimmt sehr homose harmonisch und ihr findet auch jede menge bling bling im shop glitzer bänder ihr findet folien diese mirror cardstocks ja also diese spiegel kartons in rosé und in gold und in silber also ihr könnt da ruhig mal schwelgen und könnten mal schauen was ihr da alles findet ihr könnt wunderschöne karten machen und wie gesagt nicht nur zum jahreswechsel für alle möglichen glückwünsche oder anlässe die ihr so übers jahr habt in eurer familie oder im bekanntenkreis und naja also das ist jetzt hier so mein ergebnis und ich finde es echt toll wie es geworden ist jetzt müssen wir natürlich hier unseren schieber noch aufkleben hier habt ihr die wahl ihr könnt den so ein bisschen schräg machen so wie ich das jetzt gleich festkleben werde und ihr könnt ihn auch gerade drauf kleben hier gibt bei der schrägen variante auch nicht zu viel kleber auf den schieber damit das nicht auf der leiste landet und dann setzt sich die kleine sektflasche einfach oben drauf wartet einen kurzen moment und dann müsste das ganze auch schon kleben auf der karte und ja das ist mein ergebnis und ich finde es einfach nur zauberhaft eine wunderschöne karte und auch eigentlich relativ schnell gemacht mit tollen produkten ihr braucht nichts kolorieren einfach nur so ein bisschen was ausstanzen ausschneiden und jetzt kommen hier noch ein paar tautropfen drauf die bekommt ihr überall im internet wir haben aber auch so ein glitzer tropis im shop da könnt ihr auch gerne mal schauen in verschiedenen farben schaut mal was euch gefällt ansonsten wie gesagt bekommt ihr die hier überall dann gebt da einfach mal tautropfen ein oder wassertropfen zum aufkleben und dann findet ihr die die sind total goldig finde die auch für unter wasser karten oder für dieses maritime thema total toll und deswegen benutze ich die ganz viel und die dürfen natürlich hier auf meiner karte nicht fehlen die mache ich jetzt hier so zwischen die buchstaben wo jetzt sieht man meinen kopf ein bisschen dafür muss ich mich entschuldigen das ist manchmal wenn man sich so ein bisschen nach vorne beugt fängt die kamera das ein ich hoffe ihr seht trotzdem was ich mache und dann klebe ich das jetzt hier einfach mal so zwischen die buchstaben und das ist so das highlight meiner karte um die karte noch ein bisschen schöner zu machen ja jetzt bin ich hier voll im bilde aber ich kann euch beruhigen ich bin gleich fertig ich muss immer so ein bisschen gucken was da was ich da jetzt für ein stein an der angel habe ich den festklebe und deswegen hat man so ein bisschen mein kopf gesehen da aber wie gesagt wir sind jetzt fertig mit dem ganzen und ich bin total zufrieden mit der karte ich finde es total toll und ich hoffe ich habe euch damit ein gefallen getan und ihr seid ein bisschen inspiriert für diese kalenderleiste wie es so aussehen kann natürlich lege ich euch noch die anderen zwei beispiele mit dazu die sind auch total toll auch in der champagner farben also total schön und ich wünsche euch ganz viel spaß beim nachbasteln lasst mir doch gerne einen kommentar da wie ihr die findet und zeigt uns uns eure beispiele dann vielleicht mal auf den social media kanälen bis dahin